wir sind die coolsten wenn wir cruisen wenn wir durch das elo boosten also wir uns selber gegenseitig hallo und herzlich willkommen folge o way to platin daniel ist er mittlerweile platin ist o way to nein his way to diamond boah stimmt phil lass mal darüber reden was irgendwas cooles was daniel anspornt will ich diamond zu werden das war das ja genau das soll das war wasser meinst du wasser gutes wasser gutes wasser was 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 soll ich daniel kaufen wenn er der diamant macht also diamond 5 reicht ach so darum geht es ja also mein geschenk für ihn sobald also wenn er diamant 5 schafft also ich weiß jetzt bei mir mal gefolgt also entweder absinnt wasser oder das 50 prozentige schwarze absolut wasser die gibt es in einen liter flaschen da hat er sich immer darüber gefreut wenn wir es damals gekauft haben okay ja das heißt das wird er nicht erfahren er muss sich dafür die folge anschauen boah dann kriegen wir view time nice boah nein aber immer coole sache so ne schön ne große flasche davon ne so ne zusammenstellung ich mein für eine flasche so macht er wahrscheinlich nicht so ne schöne zusammenstellung von von drei flaschen sagen wir mal ich glaub der macht das auch wenn du ihm nichts dafür gibst also er will das jetzt sowieso erreichen ja aber einfach nur platin werden möchte nein es geht einfach darum dass sobald er diamant ist will ich mit ihm wasser trinken wir können auch vorher gerne mal wieder zusammen wasser trinken und aufnehmen wieder gleichzeitig wie in der metro folgen ja jetzt habe ich ja ein pc der mir nicht kaputt geht dabei endlich war das mit ihr möchtest du streit 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 ich will jetzt nicht wissen was du gerade gesagt ich habe das falsch verstanden do you even lift fight me l okay okay hast du verstanden das kann ich in einer nicht sensierten folge nicht sagen das sind wir ja okay ja auch nicht raten jetzt ja was könnte ich denn gesagt haben so schlimm ist warte ich kann viel ich glaube was ich verstanden habe yo ich habe den gekriegt Huh loop support das ist die man mir weiße wir geben eine gold streit gibt die instanz zurück soll er doch soll er doch was ist nicht hier traurig ist auch hier auf mall come on wird ist wirklich hart gestanden Nein! Durch mein Ehre habe ich den Großen verpasst. Sie können mich ja sehen. Ja. Sie liegt vielleicht an dem Auge da drin. Ein Auge, stimmt. So heißt es ja im Deutschen. Ja. Ich habe ein Auge gesetzt. Boah! Alter, ich sehe ich. Kommst du klar mit Masse denn? Äh, nein. So viel Verhauen jetzt gerade. Ich bin das, du Arsch! Aua! Ich bin beide eigentlich so gut. Eigentlich ist es Magic-mäßig, aber er hatte schon nur noch half der Mana. Ich habe gerade auch gerade nicht so viel. Aber sie hat, wie gesagt... Okay. Random Stun. Kann man ja mal machen. Großen Mann. Du hast auch gerade nicht mehr so viel Mana, ne? Ich bin jetzt super. Du hast nur noch einen Keks. Ja, weil ich... Moment, will ich nicht wegjumpen. Ich halte mich im Tor. Will noch nicht so viel wegjumpen. Soi. Durch einen kurzen Leck. Damit ich gleich, wenn er mich stunt, so einmal wegjumpen kann, durch seinen letzten Stun. Und wir dann draufgehen können. Und wir dann draufgehen können. Also, äh, draufgehen und sich davon angreifen. Ja, ich habe dich glaube ich schon verstanden. Nicht draufgehen im Sinne von... Lass mal verrechnen und so. Ha! Den Trait haben wir gewonnen. Ja. Den! Wir haben übertriebenes gewonnen. In harmony. Ich bin jetzt echt 4 gegen 5. Komm. 4 gegen 5. Der Trinder meint die ganze, dass er ein Jungler-RFK wäre. Na ja, im Live-Gangdowns und wir sind traut. Hm, ich gebe dir noch mal ein Schild hier. Bevor ich, äh, kurz mal zum Groove an den gehe und einfach mal ein Ward hin setze. Dann werden wir das ja wissen. So. So. Der Blue steht noch, ne? Also der ist echt afkar. Ha! Nice. Dafür, dass wir gerade einen Franzosen-Lux haben. Einen Franzosen, eine. Eine. As you wish. Wir haben uns aber leider die Aufnahme wieder mal abgekippt. Das ist aber auch ein sehr interessantes Spiel. Da hat Anno ja am Anfang sehr cool gerappt. Ja. So schlecht war das gar nicht, finde ich. Ich sag ja, war cool gerappt. Aber wie wir das schon von unseren Folgen kennen. Wir sagen immer, ja, letzte Folge, die leider abgekackt ist, ähm, mega geil. Ja, natürlich. Pipapo. In Wirklichkeit haben wir total abgekackt. Nein, eigentlich haben wir voll gut gespielt, sogar. Sogar ausgangsweise. Sogar ausgangsweise. Ich glaube ausgangsweise, das war einfach cool. Ja. Ah, woher haben wir geschossen? In die Mitte. Auf mein Haus. In die Mitte. Auf der Straße, gib mir Gold. Ich würde sagen, wir wollen jetzt auch mal mit Tastatur zu leveln. Nice. Ich will nicht mehr Tastatur heilen. Au. Ha! Damages, bitches! Ich will nicht jetzt zwei juggeln, also. Ich muss eigentlich mega XP Vorteil haben. Ich will den. Ich will den. Er kriegt First Blood und, äh, stirbt danach zwei Mal. Badluck, Brian. Ich will nicht. Warte, ich blei... Ich bin jetzt der Idee von... Waaah, der magantatata. Mir tut das gerade nicht so weh. Ja, das geht echt. War der schon weg, der Ding jetzt? Ja. Corki. Ja, Corki? Nee, war nicht. So, das war eigentlich relativ cool. Okay, ne. Au. 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 Er hat initiated, stirbt. Ja. Sie haben einfach keinen Exhaust. So gut. Mhm. Ja, Chana-Boole ist generell so gut. Oh, das ist echt knapp, ne? Ich habe mich auch nicht mehr so viel Mana. Ja, tank du mal ein bisschen. Boah. All collated! Äh, 2500 Gold auf Tasche. Ja, kauf mal ein schönes BF wird. Hey, Tech Speed. Soll ich mir ja ins den Lastfüster holen? Ja klar, hol dir, äh, Emres. Und zwei Schuhe. Er hat zwei Füße. Das ist perfekt, ne? Ja, jetzt kriegt er wieder tot. Und? Verwirrt da oben. Ich glaube, ich müsste gar nicht so viele Wards kaufen, aber... Wofür brauchst du Wards? Nein. Oh, eigentlich Wards? Nö. In Harmony. Warnst du bitte bis ich da bin, bevor du stirbst? Aua. 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 Jetzt aber treibst du André. Nein. Das ist nur ein Bait. Achso, okay. Ich muss uns grad denken, boah, die haben voll die Chance. Gleich. Ich bleib dann dreimal. Dann verlieren wir mit 5 Ringgip. Okay. Okay. Da freue ich mich schon drauf. Warum hast du keine Heal? Oh, sorry. Oh, fast einen ganzen Ward. Mit dem Puckett. Hier ist ein Ward drin, also. Pass auf. Du hast ja Leistung gefunden dabei, ne? So was von. Geh mal in unser Tor, lieber. Boah, echt jetzt? Du hast ihn ein bisschen spät. Oh, das tut wirklich. Den mach ich platt. Den mach ich platt. Der macht mich platt. Ich sterbe am Tor. Boah, das ist doof, ey. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Wie geil. Ich bin einfach mal hinterher gesammt. Ein Out-Hit hat gereicht, ey. So gut. Ja, natürlich. Weil ich ihn ja schon mega low gehauen hab. Vor allem, ich hab meinen W vorerstopfen gemacht. Oh, der ging einfach nicht raus. Was ist das für ein Gemetzeloh? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das eine voll die cool Aktion. Er noch weg mit Volküre. Oh nein. Das ist auch ein bisschen schwanger. Das ist auch ein bisschen schwanger. Ja, ich hab den Corki. Ich denke, dass der Tavik-Stift war irgendwie klar. Wenn wir den Corki noch schnell hoch können, danach umdenken kann man auf Tavik. Aber egal, was ist denn jetzt los? Puscht der jetzt so hart, weil seine auch aufgehalt? Aua. Das ist laut. Wo? Noch. Ich kann's tanken runden, oder? Nein. Schade. Ich mein, wieder einen Jump gehabt, der wär ich drauf. Ulti, zack, tot. Ja. Aber ich mach schon guten Damage. Ja, guck dir deine Items an. Oh, hi. Hi, Tarek. Gib mir gleich mal ein Shield. Ja, gib mir jetzt einfach mal ein Shield. Ja, er hat's gemerkt. Dass wenn du einen Shield kriegst, dass du dann böse bist. Ah, hast du Ignite eigentlich ready? Nö. Klar, ach so, du hast einen Skill. Oh, Corki. Ich will einen Wrapp-Buff haben. Ich will einen Wrapp-Buff haben. Boah, dann ja. Keine Ahnung. Fuck, du. Der Team hat ein Turret verletzt. Hey, Turret. Nein. Geister. Ich dachte, es geht sich aus. Ja, ich dachte, es geht sich aus. Ich dachte, es geht sich locker aus. Scheiße, ey. Nächstes Mal. Hätte ich einen Port geholt, ich wollte mir erst einen Port holen. Hätte ich einen Port geholt, hätte ich überlebt wahrscheinlich. Einfach aktiviert das Ding und dann Vollgas. Ich hatte leider auch nichts mehr mehr mit dem Willen zu helfen. Scheiße, ey. Ja, das war greedy. Hätte ich meinen Ignite gehabt, ne? Ja, hätte, hätte, hätte. Eine Menge, aber... Im Endeffekt bist du jetzt tot. Ja, jetzt einen Wrapp-Buff, glaub ich. Hätte er keinen Wrapp-Buff gehabt, hätte ich... Ja, hätte, hätte, hätte. Ja, hätte, hätte. Ja, halt. Du hast doch nicht den letzten... Zehn Sekunden 5000 Mal, hätte gesagt. Auf den Wind. Jetzt hab ich auch verkauft. Jetzt gib ihm. Jetzt gibt's aber Randale. Jetzt gibt's aber Randale. Jetzt gibt's Randale. Er wurde der Drei-Kill-Zerte-Typ. Nein, gar nicht zwei. Oh, sein Farm. Das ist scheiße. Ja. Wir konnten ihn noch ein bisschen so machen. Wir konnten ihn noch ein bisschen so machen. Oh. Kannst du den Tor einfach platt machen? Nein, er hat mehr viel. Der Tor ist schnell als ich. Slow-Moz. Slow-Moz. Warum war er schneller als ich? Boah, jetzt hab ich... Ich hab gerade geguckt, ob du mehr als du Schuhe hattest, aber äh... Äh... Dieser... ...Harrick, ne? 43% Hauer der Mitglieder. Ja, warum machst du das denn auch nicht? Ich hab da gemütlich das Fenster auf und denk so... Oh, blablabla... Alles gut. Ihr habt alle jetzt. Wir haben jetzt noch mit Escape. Oh, da ist der Mumu. Mumu ist weg. Oh, jetzt müssen wir uns... Dragon ist da. Ah... Scheiße. Mit Ice. Wo? Ah, nicht. Ah, du bist... Ah... Okay, wir haben ein junges Routersdeck. Definitiv. In harmony. Oh. Try to steal! Ja, ich hab fa... Ah... Ich hole mal eine Aegis. Wolle ich jetzt schon Eulke? Ja, ich bin jetzt die ganze Zeit nur vor lange gekommen gestorben. Nur... Einmal nach anderem. Ich weiß. Gegen einen Torkey der so schlecht ist einfach. Ich weiß. Wir haben jetzt am Mumu aber... Na gut, ich bin auch einmal blöd getraudet. Weil ich es nicht ganz ernst genommen habe. Aber... In irgendwie machen sie doch damage. Zumindest der Tower jedes Mal. Ja? Vielleicht mich auch. Wir fahren jetzt einfach weiter. Wir sind safe. Oh, mein Pinkel ist gerade bei 300. Nicht schön. Oh, mein Pinkel ist gerade bei 300. Nicht schön. Ich bin genau in den Wirbel gelaufen. Ich bin immer weiter. Ich wurde weiter. Ich bin immer weiter. Ja, ich gehe. Mal Top. Top. Dann besuchen. Oh, er hat Rapper wieder. Oh, er hat Rapper wieder. Scheiße. Ich bin immer wieder in einem anderen Schlachtfeld. Wecker. Schade. 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 Aber in Me Dame die wandert und kippe. Oh, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. I don't get it. Ja 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 Okay We got a top Turk No 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 Das war eigentlich los und wir haben ja echt einen Hands-A-Fact verkraft. Ich wollte eigentlich erst weglaufen, aber dann dachte ich nur, okay, alles klar, ne, drauf da. Hat er noch gut funktioniert sogar? Ja, das stimmt. Hätte ich Barriere gehabt, hätte ich den nicht verpasst. Ein Schild, oder? Der hat er echt zu früh geholtet. Oh mein Gott. Der hat er echt zu früh geholtet. Der hat er echt zu früh geholt, aber so wird es nicht. Aber ich weiß, was das ... Das war's für den Ich habe jetzt mein EA. Als nächstes kommt dann ein Phantom, ein Dancer. Da. Er ist Ghosted. Er hat keine Ulti. Ich wollte Barron machen, aber ich glaube, er wird durch. Ja. Vor allem, er sagt Rockspacer, aber ein geskilletes. Aber warum? Kennst du doch, wenn man schiebt Black. Hallo. Oh, warum nicht? Schwester? Nee, ich bin weg von dem Turm. Warum? Wir sind jetzt safe zu Ende. Mit so einem Elektrikrächtepuschen ins Mitte. Jaja, wir verdienen es nicht. Ich bin da. Aber durch den Ziel ist das gespielt. Ich meine 1000 zu so hoch. Ich meine 1000 zu so hoch. Schon ein ganzer Ward. Nur durch Piccocke. Ein Ward ist ein Ward. Ich habe keins bekommen. Ich habe keins bekommen. Ja. 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 Das kann man nicht wirklich sagen. Aber naja. Gewonnen ist gewonnen. Elo ist Elo. Unsere Gegenteil hat es nicht anders gemacht, als es auszunutzen. Richtig. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.